Moin, ich bin David und ich möchte euch die Produktlinie Indovigil Care von Zorroyal vorstellen. Ein Futter, das auf die speziellen Bedürfnisse eines jeden Hundes abgestimmt ist. Der Gedanke dahinter? Eigentlich ganz logisch. So wie sich die Mahlzeit bei uns Menschen mit dem Alter ändert, geschieht dies auch bei unseren Vierbeinern. Das Futter ist also, um es nochmal genau auf den Punkt zu bringen, je nach Alter, Größe und speziellen Ernährungsanforderungen genau angepasst. Beginnen wir mal ganz am Anfang. Bei den Welpen. Wusstet ihr, dass Welpen zum Wachsen ein ausgewogenes Calcium-Phosphor-Verhältnis und auch mehr Protein brauchen? Einige von vielen Aspekten, die es gerade zu Beginn der Entwicklung zu beachten gilt. Die Indovigil Care-Linie wurde speziell mit Tierärzten entwickelt. Darum könnt ihr euch sicher sein, dass wir genau wissen, worauf es in den einzelnen Entwicklungsphasen eines jeden Hundes ankommt. Senioren hingegen zum Beispiel sind im gesetzten Alter etwas ruhiger unterwegs. Ein gemütlicher Gang, hier und da mal ein Nickerchen, ihr kennt es. Naja, und wer sich weniger bewegt, verbraucht auch weniger Kalorien. Allgemein verändert sich also der Stoffwechsel mit zunehmendem Alter. Individual Care Senior ist mit seinen Zutaten darauf ausgelegt, dass auch ältere Hunde im hohen Alter gesund bleiben. So, last but not least, kommen wir zu den Mini-Hunderassen. Hier spielt das leichte Genießen eine große Rolle. Das Futter sollte nicht allzu groß sein, so dass die Minis beim Kauen keine unnötigen Schwierigkeiten haben. Die kleinere Größe erleichtert es dem Hund, die Nahrung besser aufzunehmen und sie zu zerkleinern. Hier mal der direkte Vergleich. Das Premium-Futter gibt es für Hunde von klein bis groß und jung bis alt. Es ist also für alle Größen und Lebensphasen was dabei. Es unterstützt eine stabile Darmflora dank präbiotischer Inhaltsstoffe als auch die körpereigene Abwehrkräfte dank Vitamin E und Zink. Ganz wichtig ist noch zu erwähnen, alle Produkte sind ohne Zusatz von Weizen und Gluten. Individual Care ist somit besonders verträglich. Das heißt, ihr habt ein Futter, was individuell auf euren Hund abgestimmt ist und somit den optimalen Rundumschutz bietet. So Jungs, komm und wir gehen jetzt noch mal raus. Tschau!